Hallo, mein Name ist Thomas Siebert und ich möchte euch heute einen weiteren Musterkoffer aus unserer genialen Musterkoffer-Reihe vorstellen. Wir befassen uns heute mit dem Koffer für das Tor VarioCompact. Ich zeige euch mal, was drin ist. Unser VarioCompact-Tor bieten wir in sieben Höhen, drei Breiten und das Ganze auch noch in drei Farben an. Wie bei allen unseren Musterkoffern befindet sich in der Innenseite eine Übersicht über die Komponenten. Unser VarioCompact-Tor lässt sich in den Varianten 180 Grad Öffnung sowie 90 Grad Öffnung aufbauen und montieren. Grundsätzlich, ihr kennt alle das Problem, ihr seid beim Kunden in der Beratung und müsst im Grunde alles entweder von Papier, von irgendwelchen Listen, Katalogen oder sonstigen erklären. Hier habt ihr mit so einem Musterkoffer, habt ihr einfach die Möglichkeit, das Material wirklich mal rauszuholen, dem Kunden das Ganze mal zu zeigen und zu veranschaulichen. Fangen wir mal mit dem Hauptteil an. Hier kann ich wunderbar die 180 Grad Situation darstellen. 90 Grad Lösung wird die Augenschraube in den Pfosten eingeschraubt und das Scharnier am Flügel befestigt. Der hier gezeigte 60-60er Pfosten gehört zu unserem Vario Uno Tor. Ein komplett gepacktes, eingeschweißtes Tor für den Handel. Weiterhin im Koffer enthalten das Schlosssystem. Auch hier kann ich dem Kunden wunderbar zeigen das innenliegende oder im Flügel eingebaute Schlosssystem. Das Ganze natürlich auch noch als Knauf-Variante. Auch das kann ich ihm zeigen. Also wie ihr seht, ein super gutes Verkaufsinstrument. Weiterhin enthalten sind die Anschläge, jeweils für die einflügelige bzw. dann zweiflügelige Variante. Im Koffer enthalten weiterhin nochmal die Variante E-Öffner. Wir haben ja auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem E-Öffner zu versehen. Auch auf die Frage vom Kunden nach Sichtschutz kann ich eingehen. Im Koffer enthalten ist ein Fragment unserer Mazufix-Leiste. Die Mazufix-Leiste bietet ja die Möglichkeit, Tore komplett blickdicht zu kriegen in Verbindung mit unserem Sichtschutz. Hier wird ja nur die Leiste aufgeklickt und somit kann ich das ganze Tor blickdicht machen. Auch das in unserem Koffer enthalten. Wie in jedem unserer Musterkoffer eine Übersicht über weitere Produkte aus unserem Portfolio in Papierform. Diejenigen, die einen Vario-Kompaktor in ihrer Ausstellung haben, die brauchen den Koffer nicht. Aber all diejenigen, die rausfahren zum Kunden, da beraten, für die ist der Koffer absolut Gold wert. Und schaut euch auch die Videos über die anderen Musterkoffer auf unserem YouTube-Kanal an. Wir sehen uns. Bis bald. Produkte der Deutschen Zauntechnik. Erhältlich in Ihrem Zaun- und Baustofffachhandel. Wir sehen uns. Bis bald.